Ah, Leute, ich erleide hier echt einen Scheißausbruch nach dem anderen. Puh, endlich sind die Farben draußen und oh mein Gott, wie krass ihr drauf reagiert. Das ist Wahnsinn, habe ich mir natürlich genauso gewünscht, aber man weiß ja nie, aber ja, das stimmt, jetzt kann ich sie ja zeigen. Oh mein Gott, die Farben sind so toll. Ich werde euch das Set nochmal ganz genau vorstellen und ihr werdet jetzt die nächsten Tage immer mehr sehen. Aber ich bin unfassbar happy, wirklich. Vielen, vielen, vielen Dank für eure durchweg positiven Kommentare. Ich denke, hier ist, denke jedem, eine Farbe dabei. Freu mich. Und Leute, dann kommt heute auch noch ein Video mit Aaron. Was ist das für ein Tag? Schlimmer kann es echt nicht werden. Nein, Spaß. Wir haben ja im Tierheim gedreht und dieses Video wird heute um 18 Uhr online gehen. Es ist echt schön geworden. Es gibt zwei Teile, einmal bei mir und beim Aaron. Also schaut bei mir vorbei. Und ja, 18 Uhr. Ich habe diese wunderschönen Poster ja schon des Öfteren entweder auf Postings oder in meiner Story gesehen, auch gestern nochmal. Und ich konnte einen 10% Rabattcode für euch organisieren. Plus, es gibt sowieso aktuell bei Desenio 30% Rabatt und die 10% werden nochmal von eurem Warenkorb abgezogen. In meinem Wartezum habe ich alles aktuell so ein bisschen in Blau und Türkis dekoriert. Und ich finde das Bild hier so wunderschön dazu. Das sieht total edel aus. Und ich habe hier immer noch Schmuck so davor stehen. Das sieht so schön aus. Wir müssen gleich die Katzenkloß noch sauber machen. Aha, das Beinschmerz, Bella, kannst du das übernehmen? Ich habe gerade einen Allergieshop, glaube ich. Das ist aber natürlich auch sehr schlau, wenn man eine Katzenallergie hat. Damit den Handschuh, womit man gerade Katzenstreicher hat, sich in den Namen zu tun.